joo freunde schön dass ihr eingeschaut habt ich bin wieder euer all online game 1405 abonniert den kanal aktiviert die glocke lasst like da und kommentiert meine videos das würde mich mega freuen so heute machen wir ein tutorial und zwar ein trampolin tutorial ihr könnt bei dem video gerne ein like und einen kommentar da lassen wenn euch dieses video gefällt und was ich ganz was ich habe eine bitte abonniert meinen kanal aber nur wenn ihr wollt lasst ein like da teilt meine videos kommentiert meine videos denn dann verlose ich an euch an denjenigen der mein kanal abonniert liked teilt und kommentiert verlose ich eine kostenlose bügelperlenkreation das ist in meiner kanal info das steht in meiner kanal info heute wollen wir ein tutorial ein trampolin tutorial machen um ein trampolin zu machen in minecraft fragte ich jetzt bestimmt wie macht man das das ist ganz einfach ihr braucht nur die kreativität dazu denn nur eure kreativität setzt keine grenzen das leckt ein bisschen bei mir also bitte nicht falsch denken mit lecken meinte ich dass es spinnt oder auch packt hat kreativ mein bruder mein großer bruder und mein kleiner bruder die zangen sich gerade ihr kennt doch diese trampolins mit diesen mit diesem netz um den trampolin rum davon gibt es aber auch normale trampoline trampoline ihr könnt entscheiden was sie für trampolin machen wollt koordinaten anzeigen natürlich wollen wir ja nicht dass es dunkel wird also machen wir immer tag und erstellen wenn ihr neu auf den kanal seid könnt ihr natürlich um ein mitglied zu werden mein kanal abonnieren natürlich bitte abonniert mein freund ist luxe der macht auch richtig coole minecraft videos zum beispiel was ich ganz lustig finde er zockt das erste mal minecraft demo version nicht originale version demo version auf dem handy sonst hat er immer java auf dem computer gespielt sein erstes mal ich scheine eine reaktion würde dafür nicht ausreichen denn er kennt sich mit minecraft schon prima aus mein kanal heißt also mein kumpel der kanal von mein kumpel heißt es luxe der link zu den kanal ist in der beschreibung dort könnt auch mal reinschauen er hat auch ein kanal namens klumpi und ein kanal namens nano und ein fortnet kanal hat er wenn er eine diskussion an mich habt dann schreibt es gerne in die diskussion mein bruder mein großer bruder mein kleiner bruder machen gerade ein paar sit-ups mein bruder mein kleiner bruder geht mir immer auf die nerven könnte natürlich ignorieren denn er ist bei jedem video was ich mache zu laut ok jetzt geht es los ihr braucht ein slime block schleimblock 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 schlesse sir schlesse beton nehmen wir am besten schwarzen dasong glic du hör du heulst als erstes ach ich heul wenn er dich weh tut special warum so dreimal drei gerade momentan ist voll komisch manchmal leckt es manchmal nicht das sagt man nicht zu seinem bruder wenn ihr auch tritt kennen dann schreibt es mir in die kommentare ich mache leider keine videos mit switch switch wenn ihn das was ich da gerade höre ist so das war es auch schon mit dem video warte eine kurze vorschau eine kurze vorschau damit ihr auch wisst wie dieses trampolin funktioniert da seht man springt immer auf einen und den anderen schleimblock wenn euch das video gefallen ablassen like down kommentare und abonniert mein kanal bis dann ciao